Hallo mein Lieben, ich bin der Omar, ich bin der Medical Advisor bei Hair & Skin, auch einer der Mitgründer und heute möchte ich mit euch über das Thema Haartransplantation sprechen. Es ist ein Thema, was natürlich viele beschäftigt. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren in der Schweiz das Thema noch mal gesellschaftstauglich gemacht. Wir haben das Thema euch nahe gebracht. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit diesem Thema auch mittlerweile so viele Menschen ansprechen, dass sie nicht mehr den Weg ins Ausland suchen, sondern zu uns kommen und das Vertrauen bei uns haben und heute möchte ich mit euch über bestimmte Fragen sprechen, die immer wieder auftauchen und die wir anhand von diesem Video mit euch beantworten möchten. Welche Art der Haartransplantation bieten wir bei Hair & Skin an? Erstmal allgemein, welche Formen gibt es? Es gibt die FUE und FUT-Methode, Follicle Unit Extraction und Transplantation. Die FUT-Methode ist etwas veraltet. Da hat man noch im Hinterkopf einen Bereich der Kopfhaut rausgeschnitten, um die Haarwurzeln dort zu entnehmen. Das ging dann schneller. Man hat eine Narbe hinterlassen, die dann deutlich sichtbar ist. Das bieten wir nicht an. Wir bieten eben die FUE-Methode, wo wir die Haarwurzeln schonend mit Hohlnadeln entfernen, keine Narbe hinterlassen und auch deutlich schnellere Regeneration und Erholungszeit nach dem Eingriff haben. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch einige Infos zu diesem Thema mitgeben und freue mich schon auf das nächste Video mit euch.